Spezialo Cup, auch das wollen wir reloaden auf 50cc, weil es einer der zehn ersten Parts war. Das war's für heute. Ich hab' nicht losgelassen. Jetzt bring' ich nach vorne. Du hast nichts zum Abwehren. Und man kriegt einfach auch nichts zum Abwehren als erster Spieler. Du sollst nur mit der Münze kämpfen. Mann! Gibt doch den letzten Platz die Münze! Weißt du? Der erste Platz braucht doch Support. Irgendwas zum Abwehren. Auch der erste Platz immer! Klau' mir jetzt nicht die Hupe, du! Was geht hier schon wieder eigentlich ab? Es ist zwar Wolkenstraße, ja? Aber komm! 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 aus! Das will ich nicht sein! Allora! Wenigstens mit 6 Münzen-Ziehe und nicht mit einer! man muss diese gegner echt unterdrücken man muss sie unterdrücken damit sie aufgeben ganz ehrlich die wüste ja was denn macht doch einen weiteren drift junge auf den eiskalt so eng sowas will ich sehen und nicht das von eben und fußball item hin das braucht kein mensch es hilft nicht mal zum abwehren jetzt behalt dieses scheiß item junge jetzt habe ich noch was bekommen zu machen kannst mich mal und du kannst mich auch mal item rat man muss dieser blitz kommen man die roten kriegen zu viel item support wir müssen uns durchschlagen irgendwie und schauen dass wir nicht getroffen werden und auch hoffen dass die anderen nichts bekommen weil das ist ja massiver betrug die roten bekommen immer irgendwas gutes aber die blauen gar nichts ach gott herrlich 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 Mann, hör auf, nur Münzen zu kriegen, Junge. Diese alte Münze muss raus aus dem Mario Kart, das muss einfach raus, sie nervt. Ich krieg die Schlamm zum vierten Mal hintereinander, jetzt reicht's langsam. Das ist toll, das ist toll. Ich hab die Blödeband angelegt, ey. Ihr seht's ja, die Blons sind alle hinten, ne? Mann, was macht ihr denn? Wie verdient das? Weil die blauen Mitglieder alles so dumm sind. Keine Ahnung, wie ich das jetzt noch retten konnte. Also. Ja. 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 Komm, das ist doch eklig. Wir müssen jetzt das letzte Rennen noch schaffen. Das haben wir echt verloren. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. und gemütlich in zweiter runde fahren das ist jetzt keine runde man sagen kann okay die school diese möchte sein die langweiligste rainboard hört auf meine alten zu klauen junge und da sind wir auch schon mehr letztendlich eine runde sagt doch die rainboard ist langweilig hier an der stelle hört die rainboard kurz auf und darum geht sie wieder weiter das ist wirklich die nächste rainbow road von allen so und schon ist das ziel da hoffentlich reicht das das war echt knapp wir waren nämlich die ganze zeit hinten von den punkten her bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal